Jeder Tag ist aufs Neue eine Herausforderung, um ein gutes Gleichgewicht zu finden. Und dann nimmt man sich zu wenig Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Ich wollte mehr Zeit mit meiner Familie. Zurück zum Wesentlichen. Ungestört Ruhe, Natur, Luxus und die Zeit miteinander genießen. Ich war auf der Suche nach einem inspirierenden Ort am Meer. Und die Niederlande ist viel schöner, als ich dachte. Und als ich bei Dötschen zur Ruhe kam, wurde mir klar, dass ich alles anders tun will. Ich will meiner Leidenschaft und meinem Gefühl folgen. Sowohl auf Arbeit als auch privat. Folge immer deinem Gefühl. Dötschen inspiriert mich. Gib mir Ruhe. Und es sorgt dafür, dass ich wieder komplett zu mir und meinen Lieben finde. Das bedeutet Dötschen für mich. Mein Dötschen. 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 Dötschen.